Gibt es neuen Nachwuchs bei Moderatorin Sylvie Meis? Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die hübsche Holländerin jetzt nämlich mit einer ebenso hübschen Blondine. Zwar deutlich jünger, aber mit einer gewissen Ähnlichkeit. Unter dem Post schreibt Sylvie Gehört die junge Frau doch zur Familie? Die Lösung ist schnell gefunden. Bei der Blondine handelt es sich nicht um den unbekannten Nachwuchs der 44-Jährigen, sondern um die Freundin ihres Sohnes Damien. Die Unbekannte heißt Lerke Viktoria Wendel und soll schon seit einigen Monaten die Freundin an der Seite von Sohn Damien sein. Ob die beiden sich in Damiens neuer Heimat Dänemark kennengelernt haben? Schließlich spielt der 16-Jährige dort seit einigen Monaten Fußball und tritt so in die Fußstapfen seines Vaters Raphael van der Vaart. Beide Blondinen scheinen sich jedoch gut zu verstehen. Ein gutes Zeichen für die zukünftige Schwiegertochter? Jahrhundert Vielen Dank.